So, hier ist die zweite Box von den Tosai Hiyotsuri, vom Züchter Ikarashi Toshinobu. Die Gäuse ist inzwischen 22 und 24 cm groß. Echt eine ganz gute Qualität. Ikarashi züchtet mit Shinoda-Altern-Tieren, also sprich das ist Shinoda-Blutlinie. Also wer da was sucht. Die sind echt zu empfehlen. Haben auch einen guten Body.